Heute bin ich ja gar nicht da. Heute bin ich ja am Mittwoch. Aber es kommt gleich noch jemand. Du bist ein Sprecher. Kann das sein? Ja, ne? Ja, du bist ein Sprecher. Er hat doch schon mal den Lückensittel gezuckt. Hier, schon wieder. Weil Geschiss da ist vor den Wellensittelchen. Da weg ist er wieder, ne? Weg bist du. Komm her. Komm her. Machen wir das aus der Entfernung. Magst du das? Oder nicht? Ist nicht der Renner, oder? Das ist nicht der Renner, ne? Da sind auch zu viele andere Vögel dabei. Ja, ich muss erstmal den Zaum halten, ne? So. Die muss man erstmal im Zaum halten, ne? So. Dicke. Aber ganz lieber, ne? Ja, ich hab mir das Video angeguckt. Ja. Und man kann ihn auch auf die Schulter setzen, dann bleibt er auch sitzen. Ja. Das ist klar, aber... Von den Möhren hier. Ah, von den Möhren? Der Fall, ja. Da fahren die ja voll hoch ab, oder? Ja. Na, was ist los, ne? Schnacke? Da kann man Igor, besucht mich. Du. Ihr besucht mich. Du. Ihr besucht mich. Du.